In diesem Video zeige ich dir, wie du das Google Ads Conversion Tracking für deinen WooCommerce Store einrichtest. Du kannst damit nicht nur die Anzahl der verkauften Produkte messen, sondern auch den Umsatz, was auch absolut notwendig ist, wenn du vorhast, deine Google Ads Kampagnen für mehr Umsatz zu optimieren. Für die Einrichtung benutze ich den Google Tech Manager und ein kostenloses Plugin, mit dem du die ganzen E-Commerce Daten sammeln kannst. Damit das Conversion Tracking auch datenschutzkonform ist, brauchst du unbedingt einen Cookie-Banner. Ich werde dafür den Cookie-Banner von CookieBot verwenden, weil du damit den Google Content Mode mit einem Klick aktivieren kannst. Und wie du das alles einrichtest, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Zuerst musst du unter cookiebot.com ein neues Konto erstellen und den Link dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wenn du dich hier anmeldest, kannst du CookieBot 14 Tage lang kostenlos testen und wenn deine Webseite weniger als 50 Unterseiten hat, dann kannst du auch danach CookieBot weiterhin kostenlos nutzen. Wenn du ein Konto erstellt hast, findest du unter der Implementierung eine sogenannte Domain Group ID und die benötigst du, um CookieBot auf deiner Webseite zu installieren. Dafür benutzt du in WordPress am besten das offizielle Plugin von CookieBot. Dafür gibst du einfach oben rechts in der Suche CookieBot ein. Das Plugin ist von UserCentrix, das kannst du installieren und dann wird CookieBot auf der linken Seite angezeigt. Wenn du hier in die Einstellungen gehst, trägst du hier deine Domain Group ID ein, die du in der Implementierung findest und dann ist CookieBot auch schon auf deiner Webseite installiert. Wichtig ist, dass du auch die manuelle Blockierung verwendest und dann hast du in diesem Bereich auch die Möglichkeit, den sogenannten Consent Mode zu aktivieren. Das solltest du auf jeden Fall machen, damit das ganze E-Commerce Tracking auch datenschutzkonform ist. In diesem Bereich kannst du auch noch die verschiedenen Cookie-Gruppen hinzufügen, die Änderungen speichern und du hast auch die Möglichkeit, über das Plugin den Google Tag Manager zu aktivieren. Über den Google Tag Manager kannst du das ganze Tracking einrichten. Dafür brauchst du natürlich ein Konto, das kannst du dir auch kostenlos erstellen. Wie du hier alles einrichtest, das werde ich dir auch gleich zeigen, aber zuerst brauchst du deine Google Tag Manager ID und die findest du oben rechts in der Ecke. Die kopierst du dir kurz raus, gehst wieder zurück in WordPress, aktivierst den Google Tag Manager, trägst darunter deine Google Tag Manager ID ein. Dann kannst du hier auch nochmal überprüfen, dass der Google Tag Manager auch für alle Cookie-Gruppen verwendet wird und dann speicherst du die Änderungen ab. Das kann ich auch kurz überprüfen, indem ich die Webseite öffne. Hier hat ein Nutzer dann die Möglichkeit, über das Symbol unten links in der Ecke die Cookie-Einstellungen anzupassen. Zum Beispiel kann ein Nutzer das Tracking akzeptieren oder auch für verschiedene Cookie-Gruppen das Tracking deaktivieren, die Auswahl dann speichern und über das Symbol unten links in der Ecke kann ein Nutzer das Ganze dann wieder rufen oder die Einstellungen ändern. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du das E-Commerce-Tracking einrichtest, aber dafür musst du zuerst ein sogenanntes Data Layer installieren. Damit du das Ganze etwas besser verstehst, kann ich auch nochmal kurz den Google Tag Manager öffnen und hier den sogenannten Vorschau-Modus starten. Den findest du oben rechts in der Ecke und wenn du da draufklickst, dann öffnet sich der Tag Assistant in einem neuen Tab. Du musst dir die Verbindung zu deiner Webseite herstellen, die öffnet sich dann in einem weiteren Tab und du kannst dich jetzt hier ganz normal auf der Webseite bewegen. Zum Beispiel kann ich auf die Kontaktseite klicken und wenn ich dann zurück in den Tag Assistant gehe, dann kann ich auf der linken Seite mir die verschiedenen Seitenaufrufe anschauen. Zum Beispiel habe ich hier den ersten Seitenaufruf von der Startseite, darüber befindet sich der Seitenaufruf von der Kontaktseite, also die Unterseite, die ich gerade besucht habe und darunter werden die ganzen Ereignisse angezeigt. Rechts daneben kann ich dann sehen, welche Tags ausgelöst wurden. Ich finde hier das Data Layer, da befinden sich dann die Informationen zu dem E-Commerce Tracking und es gibt auch die Consenteinstellungen. Darüber kannst du erkennen, ob ein Nutzer seine Einwilligung gegeben hat oder das Tracking abgelehnt hat und darüber kannst du dann auch überprüfen, ob das ganze E-Commerce Tracking datenschutzkonform eingerichtet wurde. Und wenn ich auf die Kontaktseite zurückgehe und dann zum Beispiel die E-Commerce-Seite aufrufe, mir ein Produkt anschaue, das Produkt in den Warenkorb lege, mir dann den Warenkorb anschaue und den Kauf einmal abschließe, dann sollte ich diese Informationen auch in dem Tech Assistant sehen können. Das überprüfe ich kurz, indem ich den Tech Assistant öffne. Oben links in der Ecke befindet sich dann wieder der letzte Seitenaufruf. Da wurde die Bestellung bestätigt. Wenn ich mir hier das Data Layer anschaue, dann befinden sich hier keine Informationen zu dem E-Commerce Tracking. Das heißt, ich kann nicht sehen, welches Produkt gekauft wurde und wie hoch der Warenkorb wert war. Unter dem Seitenaufruf finde ich auch keine Events für den Produktkauf und genau das gleiche ist bei den Seitenaufrufen vorher. In dem Warenkorb wurden auch keine E-Commerce-Informationen weitergegeben und es werden auch keine Events hier angezeigt, dass ich zum Beispiel etwas in den Warenkorb gelegt habe oder mir ein Produkt angeschaut habe. Und das musst du alles mit einem sogenannten Data Layer einrichten. Das Gute ist, dass es für WooCommerce verschiedene Plugins gibt, mit denen du das kostenlos machen kannst. Und das Plugin, das ich dir dafür empfehlen würde, ist von Taggers. Das kannst du dir kostenlos auf GitHub herunterladen. Den Link dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und dann klickst du hier einfach oben rechts auf Code und downloadst die ZIP-Datei. Danach gehst du wieder zurück in WordPress. Den Vorschau-Modus, den kann ich erstmal wieder schließen. Klickst danach auf die Plugins, wählst Neues Plugin hinzufügen aus. Und dann kannst du in diesem Bereich das Taggers Plugin hochladen. Dafür wählst du einfach nur die ZIP-Datei aus, klickst auf Jetzt installieren, aktivierst das Plugin und dann findest du auf der linken Seite das Taggers Plugin. Da klickst du einmal kurz drauf, dann kannst du hier theoretisch auch deine Google Tag Manager ID hinzufügen und darüber den Google Tag Manager auf deiner Webseite installieren. Aber wenn du das vorher schon über das Cookiebot Plugin gemacht hast, dann kannst du das hier ignorieren. Da drunter kannst du noch eine Subdomain für ein Enhanced Tracking Skript hinzufügen. Aber das brauchst du nur, wenn du über Taggers das Server-Site Tracking einrichtest. Mit diesem Skript wird der Google Tag Manager Code auf deiner Webseite ein bisschen angepasst und das hilft dir dabei, ein bisschen mehr Daten zu sammeln. Aber wie gesagt, wenn du kein Server-Site Tracking verwendest, dann kannst du diesen oberen Bereich auch erstmal ignorieren. Der interessante Bereich ist da drunter. Hier findest du nämlich die ganzen Events und das sind alles verschiedene E-Commerce Events, die du über das Data Layer tracken kannst. Und hier kannst du überall den Haken setzen, wenn du dieses Event ganz gerne tracken möchtest. Die wichtigsten Events, das ist natürlich das Purchase Event und auch das Add-to-Card Event. Aber du kannst natürlich auch alle Events auswählen und dann einfach die Änderungen speichern. Und wenn du dir danach nochmal den Vorschau-Modus in dem Google Tag Manager anschaust, werden auch deutlich mehr Daten angezeigt. Das kann ich dir auch einmal kurz zeigen. Dafür öffne ich wieder den Vorschau-Modus, stelle die Verbindung zu der Seite her und wenn ich jetzt nochmal das Produkt aufrufe, das Produkt in den Warenkorb lege und hier einmal kurz den Kaufprozess abschließe, dann wirst du gleich sehen, dass in dem Tech Assistant Daten angezeigt werden, die du dann für das E-Commerce Tracking verwenden kannst. Deshalb öffne ich nochmal den Tech Assistant, bestätige das Ganze. Auf der Bestellseite wird jetzt zum Beispiel ein Purchase Event angezeigt. Darunter gibt es ein Begin-Checkout Event in dem Warenkorb, gab es das View-Card Event, davor das Add-to-Card Event, ein View-Item Event, Select-Item Event. Und wenn du hier irgendein Event auswählst, zum Beispiel das Purchase Event und dann auf das Data Layer klickst, dann werden hier auch die ganzen Produktinformationen angezeigt. Zum Beispiel findest du hier den Value, also den Wert von dem Produkt. Du findest hier eine Transaktions-ID, die Währung, in der das Produkt gekauft wurde, die Steuern und die Lieferkosten werden auch direkt angezeigt. Und diese Informationen brauchst du, um das E-Commerce Tracking einzurichten. Das geht am besten über den Google Tech Manager und wie du das hier alles einrichtest, das zeige ich dir als nächstes. Zuerst musst du dafür einen Trigger für die Events erstellen, die du ganz gerne als Conversion tracken möchtest. Die verschiedenen Events findest du wieder in dem Vorschau-Modus. Zum Beispiel gibt es hier das Purchase Event, das ist natürlich das wichtigste Event. Und dann musst du einfach mal gucken, welche weiteren Events für dich wichtig sind. In den meisten Fällen wird auch noch das Add-to-Card-Event getrackt. Natürlich kannst du auch noch andere Events tracken, wenn du das ganz gerne machen möchtest. Aber das Purchase Event und das Add-to-Card-Event, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Start. Und das Erste, was du machen kannst, du kannst dir hier den Event-Namen rauskopieren. Dann gehst du wieder zurück in den Google Tech Manager, klickst auf Neu. In der Trigger-Konfiguration wählst du ein benutzerdefiniertes Ereignis aus und dann fügst du hier den Ereignis-Namen ein, was in diesem Beispiel Purchase ist. Genauso nennst du auch den Trigger und dann speicherst du das Ganze ab. Diesen Schritt wiederholst du und dann kannst du genau das gleiche für das Add-to-Card-Event machen. Den Namen findest du wieder in dem Vorschau-Modus, in dem du ein bisschen nach unten scrollst. Hier habe ich zum Beispiel das Add-to-Card-Event. Den Namen kann ich mir rauskopieren, hier einfügen, den Trigger nenne ich genauso und dann speichere ich das Ganze ab. Mithilfe von diesen Triggern kannst du dann eine Google Ads Conversion unter den Tags erstellen und jedes Mal, wenn dieses Event gefeuert wird, wird dann auch die Google Ads Conversion ausgelöst. Wenn du vorhast, auch den Umsatz zu tracken, zum Beispiel wird der Umsatz in der Datenschicht-Variable bzw. in einem Data Layer angezeigt. Dafür kann ich nochmal das Purchase-Event auswählen und hier wird zum Beispiel der Wert von 4,99 Euro angezeigt. Und wenn du möchtest, dass dieser Wert auch in Google Ads angezeigt wird, damit du deine Google Ads Kampagnen zum Beispiel für mehr Umsatz optimieren kannst, musst du dafür sorgen, dass dieser Wert auch an Google Ads weitergegeben wird. Und das kannst du über eine sogenannte Variable einrichten. Deswegen klicke ich als nächstes auf die Variablen, wähle unter den benutzerdefinierten Variablen neu aus und in der Konfiguration benutzt du die Datenschicht-Variable. Diese Variable nenne ich dlv für Data Layer Variable Value, weil ich auch ganz gerne den Value herausziehen möchte. Und das kannst du machen, indem du diese verschiedenen Parameter als Namen verwendest bzw. dieser ganze Parameter, das wird auch ein Array genannt, zum Beispiel ist E-Commerce ein Array und innerhalb von einem Array befinden sich sogenannte Keys. Und Currency ist zum Beispiel ein Key, Transaction ID ist ein Key und Value ist auch ein Key. Und den Wert von einem Key, in diesem Fall ist das zum Beispiel Value, kannst du herausziehen, indem du den Namen von dem Array angibst und auch von dem Key. In diesem Beispiel wäre der Name E-Commerce.Value und dann weiß die Datenschicht-Variable, dass du ganz gerne diesen Wert haben möchtest. Deswegen gehst du wieder zurück in den Google Tag Manager, schreibst hier rein E-Commerce.Value und speicherst das Ganze ab. Genau das Gleiche wiederholst du nochmal und diesmal möchte ich ganz gerne noch die Transaktions-ID haben. Das kann ich mir wieder herausziehen, indem ich das Purchase-Event aufrufe und hier habe ich jetzt E-Commerce.Transaktions-ID. Den Namen kannst du dir hier theoretisch auch rauskopieren, dann hier eintragen, einen Punkt setzen, wieder zurückgehen und dann den Key rauskopieren und hier eintragen. Diese Variable nenne ich DLV, Transaktions-ID und speicher das Ganze ab. Als nächstes kannst du unter den Tags deine Google Ads Conversions einrichten. Dafür klickst du einfach auf Neu, in der Tag-Konfiguration wählst du dann Google Ads aus und benutzt hier das Google Ads Conversion Tracking. Für die Conversion musst du eine Conversion-ID angeben, ein Conversion-Label. Für den Conversion-Wert kannst du die Variable benutzen, die wir gerade erstellt haben. Da wird dann immer der Wert automatisch eingetragen und genau das gleiche gilt für die Transaktions-ID. Die Conversion-ID und das Conversion-Label bekommst du aus Google Ads. Deswegen musst du als nächstes die Conversions in deinem Google Ads Konto öffnen. Ich habe in diesem Konto schon eine Conversion für den Produktkauf, aber ich muss zum Beispiel noch eine weitere Conversion für das Ad-to-Card-Event erstellen. Eine neue Conversion kannst du über den Button oben links in der Ecke erstellen. Hier wählst du dann Webseite aus, du gibst deinen Domain-Namen ein und dann wählst du die manuelle Installation aus, beziehungsweise die manuelle Erstellung. Als Kategorie kannst du in den Einkaufswagen auswählen. Die Conversion nenne ich Ad-to-Card. Für diese Conversion möchte ich keinen Wert tracken, das kannst du natürlich machen, aber in der Regel reicht es aus, wenn du den Produktwert einfach nur für die Purchase-Conversion trackst. Als Sale-Methode kannst du alle auswählen, weil ein Nutzer auch mehrmals ein Produkt in den Warenkorb legen kann und die restlichen Einstellungsmöglichkeiten, die kannst du auch so lassen. Das bestätigst du dann, indem du auf Speichern und Fortfahren klickst und in der Anleitung wählst du auf der rechten Seite den Google Tag Manager aus. Hier findest du deine Conversion-ID und auch das Conversion-Label. Diese zwei Werte kopierst du dir raus. Zuerst die Conversion-ID, die trägst du dann in dem Google Tag Manager ein. Genau das gleiche machst du für das Conversion-Label, den Conversion-Wert und die Transaktions-ID kannst du bei der Ad-to-Card-Conversion erstmal ignorieren. Den Tag musst du natürlich auch noch benennen. Hier schreibe ich rein Ad-to-Card, Google Ads Conversion und als Trigger verwendest du dann dein Ad-to-Card-Event-Trigger. Damit das ganze Tracking auch datenschutzkonform ist, musst du unter den erweiterten Einstellungen noch den sogenannten Content-Mode aktivieren. Das kannst du machen, indem du eine zusätzliche Einwilligung auswählst und dann Ad-Storage verwendest. Ad-Storage ist die Marketing-Cookie-Gruppe und das bedeutet, dass dieser Conversion-Tag auch nur ausgelöst wird, wenn ein Nutzer die Marketing-Cookies akzeptiert. Du hast auch die Möglichkeit, über diesen Weg direkt eine Conversion-Verknüpfung zu aktivieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dann wird diese Meldung ganz oben angezeigt. Das kannst du auch noch kurz machen, indem du auf Erstellen klickst. Unter den erweiterten Einstellungen kannst du dann auch wieder die Marketing-Cookie-Gruppe hinzufügen, also Ad-Storage auswählen. Und als Trigger verwendest du nicht All-Pages, sondern ein Cookie-Consent-Update-Event. Das musst du noch kurz erstellen, indem du ein benutzerdefiniertes Ereignis auswählst. Das Event findest du auch in dem Vorschau-Modus. Hier ist zum Beispiel das Cookie-Consent-Update-Event. Darüber wird geprüft, welche Cookie-Gruppen der Nutzer akzeptiert hat und das ersetzt das All-Pages-Event. Und die Tag-Konfiguration musst du auch noch abspeichern. Hier kannst du einfach Conversion-Verknüpfung reinschreiben, den Namen, den kann man sich hier auch kurz rauskopieren und dann hier eintragen, das Ganze speichern. Und dann musst du nochmal genau das Gleiche für die Google-Ads-Conversion machen und die auch abspeichern. Als nächstes musst du noch das Event für den Produktkauf erstellen. In der Tag-Konfiguration wählst du dafür wieder eine Google-Ads-Conversion aus. Und dann musst du hier zuerst wieder die Conversion-ID und das Conversion-Label eintragen. Dafür wählst du deine Kauf-Conversion aus, beziehungsweise eine Purchase-Conversion. Und in der Tag-Einrichtung benutzt du wieder den Google-Tag-Manager, damit die Conversion-ID und das Conversion-Label angezeigt wird. Das trägst du in dem Google-Tag-Manager ein. Und unter dem Conversion-Wert klickst du auf das Lego-Symbol und wählst die Datenschicht-Variable für den Wert aus, weil damit automatisch immer der Wert von dem Warenkorb in dieser Conversion mit angezeigt wird. Genau das Gleiche machst du für die Transaktions-ID. Und als Währungscode kannst du einfach Euro eintragen, für den Fall, dass in deinem Online-Shop auch nur mit dem Euro bezahlt werden kann. Unter den erweiterten Einstellungen musst du auch wieder den Google-Consent-Mode aktivieren. Hier benutzt du auch wieder Ad-Storage. Als Trigger verwendest du das Purchase-Event. Und diesen Tag nenne ich Google Ads Conversion Purchase und speicher das Ganze ab. Und viel mehr musst du nicht machen, um das Conversion-Tracking für deinen WooCommerce-Store einzurichten. Das Tracking solltest du natürlich auch nochmal überprüfen. Das kannst du machen, indem du den Vorschau-Modus wieder öffnest, die Verbindung bestätigst und dann kann ich nochmal den Store aufrufen, das Produkt in den Warenkorb legen. Und wenn ich jetzt mir den Warenkorb anzeigen lasse, dann sollte auch schon die erste Conversion in dem Tag Assistant auftauchen. Und tatsächlich wird hier die Add-to-Card-Conversion angezeigt. Auf der linken Seite kann ich mir nochmal den letzten Seitenaufruf anschauen. Hier wurde das Add-to-Card-Event nicht gefeuert, deswegen wurde die Conversion auch nicht ausgelöst. Das war bei dem Seitenaufruf vorher und hier wurde die Conversion auch gefeuert. Dann kann ich den Kauf nochmal abschließen, indem ich zur Kasse gehe, die Bestellung aufgebe und dann sollte auch das Purchase-Event in dem Tag Assistant auftauchen. Das wurde hier auch ganz normal gefeuert und scheint alles korrekt zu funktionieren. Das solltest du auch nochmal gegenprüfen, indem du den Opt-out machst. Dafür gehe ich nochmal zurück auf die Startseite, gehe auf die Cookie-Einstellungen, klicke auf Einwilligung ändern und wähle diesmal nur die Statistik und Präferenzen aus, aber nicht die Marketing-Cookie-Gruppe. Das speichere ich dann ab, gehe wieder zurück in den Warenkorb. Du hast auch die Möglichkeit, den Google Tag Assistant als Chrome Extension zu verwenden. Dafür musst du die Chrome-Erweiterung einfach nur aktivieren, die Seite nochmal neu laden und dann kannst du auch darüber gucken, welche Tags auf der Seite ausgelöst wurden. Das Produkt lege ich als nächstes wieder in den Warenkorb, dann schließe ich wieder den Kauf ab und wenn ich jetzt zurück in den Tag Assistant gehe, dann sollte hier keine Conversion ausgelöst werden. Das ist tatsächlich auch der Fall. Die Purchase-Conversion wurde nicht gefeuert. Das liegt daran, dass ich die Marketing-Cookie-Gruppe, also Add Storage, nicht akzeptiert habe. Das wird auch hier unter den Consenteinstellungen ganz gut angezeigt und deswegen wurde der Tag auch nicht gefeuert. Bei der Add-to-Cart-Conversion sollte das genauso sein, deswegen kann ich hier auch nochmal den Seitenaufruf auswählen und auch hier wurde das Add-to-Cart-Event bzw. die Add-to-Cart-Conversion nicht ausgelöst. Über die Chrome-Erweiterung kann ich das auch nochmal überprüfen. Hier wird auch nichts angezeigt und dann kann ich auch nochmal nur die Marketing-Cookie-Gruppe akzeptieren, aber keine anderen Cookie-Gruppen das Ganze speichern. Und dann durchlaufe ich noch ein weiteres Mal den ganzen Kaufprozess, um zu gucken, ob dann auch die Google-Ads-Conversion ganz normal gefeuert wird. Auf der Danke-Seite bzw. auf der Bestell-Bestätigungs-Seite wird auch über die Chrome-Erweiterung die Google-Ads-Conversion angezeigt. Hier wird auch der Wert richtig übermittelt. Darüber kannst du sicherstellen, dass der Wert dann auch in Google-Ads angezeigt wird. Und wenn ich den Tag-Assistent öffne, dann wird auch hier das Purchase-Event bzw. die Purchase-Conversion korrekt ausgelöst und die Add-to-Cart-Conversion wurde hier auch ganz normal gefeuert. Am Ende musst du in dem Google-Tag-Manager deine Tags und Trigger auch noch veröffentlichen. Das kannst du machen, indem du oben rechts auf Senden klickst. Der Version kannst du auch einen Namen geben. Zum Beispiel kannst du hier Google-Ads-Conversion-Tracking reinschreiben, dann oben rechts auf Veröffentlichen klicken. Und dann sind die ganzen Conversion und das E-Commerce-Tracking für deinen Store auch offiziell auf der Webseite live. Wenn dir diese Anleitung weitergeholfen hat, das Conversion-Tracking einzurichten, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dadurch weiß ich dann auch direkt, dass du dich für solche Videos interessierst. Und dann kann ich in Zukunft auch mehr Videos zu diesem Thema veröffentlichen.